Padma-Nabi-Bandhasana ist der Lotus-Nabelverschluss. Setze dich auf den Boden und bringe die Fußsohlen zusammen. Dann gib die Fersen zum Nabel hin und die Fußsohlen zu dir hin. So wird der Nabel verschlossen. Im klassischen Hatha-Yoga ist der Nabel der Sitz von Prana. Insbesondere die Nabelgegen und dahinter ist der Sitz von Surya, der Sonnenenergie. Und so gibt es viele Stellungen, mit denen du diese Sonnenenergie nach innen bringen willst, stimulieren willst, um sie anschließend in die Sushumna zu bringen, die Kundalini zu erwecken und Überbewusstsein zu erlangen.